Im Hause Preiss werden die Kinder langsam flüge. Käthe Preiss, 43, hat insgesamt fünf Kinder, ihr Sohn Harvey, 19, Lise. Die Influencerin vor wenigen Wochen fast vor Stolzplatzen, der Teenager, der seit der Geburt unter anderem an dem Prater, Willi, Syndrom leidet, hat seinen Schulabschluss in der Tasche. Doch nach diesem Glücksmoment folgt nun der Moment des Abschieds, Harvey wird nun ausziehen, um ein College zu besuchen. Wie Deshan berichtet, wird Harvey seine Ausbildung an einem College fortsetzen, das drei Stunden von seiner Mutter entfernt ist. Wohnen wird der 19-Jährige ebenfalls dort. Kethys Herz ist gebrochen, aber sie weiß, dass Harvey eine tolle Zeit am College haben wird. Er wird nun das erste Mal diese Woche dort übernachten, um sich daran zu gewöhnen, nicht mehr zu Hause zu sein, plaudert ein Insider aus. Das ist nicht das Einzige, was Käthe aktuell durchmachen muss. Die TV-Persönlichkeit erlebte vor ein paar Tagen. Schreckliches, sie wurde in ihrem Zuhause von einem Mann überfallen und so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Aufgrund den furchtbaren Geschehnisse sagte das einstige Model ein Event vergangene Woche ab. Tipps für Promiflash? Einfach i-Mail-n-tipps-at-promiflash.de Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020